Hallo zusammen, ich bin Sonja und das ist der Fabian. Wir arbeiten beide bei Markus Enz AG und sind im zweiten Lehrjahr als Landschaftsgärtner. Wir zeigen euch jetzt ein bisschen bei unserem Berufsalltag. Das Schöne an meinem Beruf ist, man hat sehr viel von Russen, man arbeitet in verschiedenen Teams und es gibt sehr abwechslungsreiche Arbeiten, von Rosenmeier bis Spitzer. Die Lehre bei Markus Enz AG soll man machen, weil wir viele Feuersteinarbeiten machen, weil wir sehr kreativ sind. Zusätzlich haben wir eine regelmässige Akademie mit unseren Berufsbildnern, wo wir viele Sachen lernen können und in Ruhe anschauen können. Die Vorraussetzungen als Landschaftsgärtner sind, man muss in jedem Wetter und Frusten arbeiten können, leben zur Natur und ganz viel Motivation mitbringen. Das Team ist sehr motiviert und aufgestellt. Jeder hilft jedem und man hat jeden Tag Freude zum Arbeiten. So, jetzt haben wir einen kleinen Einblick in unsere Croissant-Tappe bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bewerben wir euch bei der Markus Enz AG als Landschaftsgärtner oder Landschaftsgärtnerin. 1 2 1 2 2 3 4